Heute ist dein erster Schultag. Freust du dich auf die Schule und auf was freust du am Meister? Auf, ähm, äh, was ist noch nicht? Weiß es noch nicht. Wie warst du am ersten Schultag? Gut. 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 Was hat dir am besten gefallen? Die Geschichte. Die Geschichte. Die Geschichte. Freust du dich auf Klasse oder auf Schulfreunde? Ja. Was für eine Geschichte war denn das? Das kleine Ich bin ich. Die kleine Ich bin ich. Was warst du für eine Geschichte? Das kleine Ich bin ich. Was ist es gegangen dort in der Geschichte? Ähm, gar nicht. Weiß nicht. Und das kleine Ich bin ich, oder? Ja. Ich vergaß das. Ich vergaß das. Ich vergaß das. Ähm, der ist der kleine Ich bin ich nicht groß, ich wusste der er ist. Ge names. So. Hast du vielleicht dein Lieblingsfach? Äh. Äh. Noch nicht. Gibt's mit Zähn. Bist du schon gern? Faschler? Nein. Zeichnen? Ja. Zeichnen.